Video ist nicht das Medium der Zukunft, es ist das Medium der Gegenwart. Videomarketing bietet dir als Unternehmer, als Unternehmerin wirklich tolle Chancen, dich und deine Angebote einem breiten Publikum zu präsentieren. In diesem Tutorial zeige ich dir, warum das so ist und wie du das meiste für dich aus Videomarketing herausholen kannst. Schauen wir uns zu Beginn an, warum Video ein Muss ist und wie du es in dein Marketing-Mix einbindest. Die Wirkung von visuellen Inhalten im Marketing ist unbestritten. Die Grafik zeigt das eindrucksvoll und auf einen Blick. Wir sehen hier zum Beispiel, dass Posts mit visuellen Elementen 94% mehr Page-Visits und Engagement bekommen, als solche Posts, die zum Beispiel keine Bilder und Videos beinhalten. Dann sehen wir in der Grafik von Buffer zum Beispiel auch noch, dass 77% der Kunden davon überzeugt sind, dass Bilder werden in Bezug auf Markenkommunikation wichtiger sind als eine schlichte Info zum Produkt. Die Power von visuellen Inhalten, insbesondere eben von Videos, sehen wir ganz klar bei YouTube, dass mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt geworden ist. Nicht Bing oder Yahoo, YouTube ist der Ort, an dem die Leute direkt nach Google nach allem suchen. Rezepte, Produktdemos, Anleitungsvideos, was Menschen auch immer suchen. Videos spielen eine immer wichtigere Rolle dabei und das natürlich nicht nur bei YouTube. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige weitere Videomarketing-Statistiken, die die Macht speziell der Videos schnell deutlich machen. Kunden bevorzugen ganz klar Videos. Eine Studie von HubSpot liefert heraus, dass mehr als 50% der Kunden vor allen Dingen Videos sehen wollen, wenn es um Markenkommunikation geht. Bloße Blogartikel sind da weit abgeschlagen, wie die Grafik zeigt. Video ist ein starker Traffic-Treiber. Auch in Sachen Traffic ist Video der absolute Gewinner. Laut einer Cisco-Studie können wir davon ausgehen, dass über Videos generierter Traffic bis 2020 82% des gesamten Datenverkehrs ausmachen wird. Das sind gigantische Zahlen, die eines klar machen. Es ist an der Zeit, unsere eigenen Anstrengungen rund um das Thema Video zu verstärken und diesen Kanal zu nutzen. Videomarketing birgt noch weitere tolle Vorteile, die wir uns im Folgenden ganz kurz mal anschauen wollen. Bessere Konvertierung durch Videomarketing. Eine sehr wichtige Metrik im Marketing ist die Konversionsrate, also die Conversion Rate, sprich das Verhältnis der Anzahl der Besucher zu denjenigen darunter, die eine bestimmte Handlung ausführen. Etwa sich für ein Newsletter anzumelden, etwas herunterzuladen oder etwas zu kaufen. Durch die Nutzung von Videomarketing kannst du diese Rate positiv beeinflussen. Außerdem werden Videos häufiger geteilt. Eine Studie von Unruly hat ergeben, dass Markenbotschaften via Video immer häufiger geteilt werden und fast jeder fünfte Internetnutzer diese mindestens einmal pro Woche mit persönlichen Kontakten teilt. Videos liefern bessere SEO-Ergebnisse. Hat Videomarketing einen Einfluss auf SEO? Können Videos tatsächlich dabei helfen, in den Suchmaschinen für Keywords besser zu ranken? Die Antwort ist ganz klar ja. Vorausgesetzt natürlich, dass du die Videos richtig optimierst. Dazu findest du in der Videobeschreibung unter diesem Video einen anschaulichen Artikel, wie du Videos speziell für YouTube fit für die Suchmaschine machst. Am folgenden Beispiel siehst du, wie mein Video zum Keyword-Tool Ubersuggest auf der ersten Seite der Suchergebnisse bei Google auftaucht. Videos wirken vertrauensstiftend. Last but definitely not least, gut gemachte Videos können das Vertrauen in die eigene Marke beträchtlich steigern. Je persönlicher und überzeugender du dich in deinen Videos zeigst, desto mehr fassen die richtigen Menschen Vertrauen zu dir. Denn es bedarf erst einer gewissen Beziehung, bevor jemand etwas bei dir kaufen oder auch nur etwas gegen eine E-Mail-Adresse herunterladen wird. Videos eignen sich perfekt dazu, diese persönliche Brücke aufzubauen. Wir sehen das hier toll visualisiert in einer Studie von Animoto. 58% meinten demzufolge, dass die Unternehmen, die Videos produzieren, eher als vertrauenswürdig einstufen. Dabei musst du entgegen der landläufigen Meinung gar nicht immer zwingend vor der Kamera stehen. Oft haben Videos, bei denen man nur deine Stimme hört, denselben Effekt. Super, nachdem wir jetzt geklärt haben, welche Vorurteile Video Marketing hat, wollen wir uns nun einige der häufigsten Arten von Videos im Marketing Mix ansehen. Die häufigsten Arten sind Erklärvideos, Talking-Head-Videos, also Videos, bei denen man das Gesicht des Sprechers, der Sprecherin sieht, sogenannte Bildschirmaufnahmen, also Screencasts, wie du es jetzt gerade hier in dem Video von mir siehst, Interviews, Webinare und Konferenzaufzeichnungen, Live-Übertragungen, Produktvideos und Behind-the-Scenes, also sogenannte Follow-me-around. Nimm dazu deine Fans, deine Follower doch einfach mal einen Tag lang mit der Kamera mit. Doch wie setzt du diese Arten von Videos am besten ein? Setze für den Start auf Produktvideos. Laut Vsouls-Bericht, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von 2017, den Link zu dieser Studie, zu diesem Bericht, den findest du auch unter diesem Video, geben 97% der Unternehmen an, dass Erklärvideos den Benutzern wirklich dabei helfen, ihr Geschäft besser zu verstehen. 37% der Verbraucher sagen, dass sie nach dem Anschauen eines Videos ein Produkt gekauft haben. Das sind sehr deutliche Anzeichen dafür, dass Produkt- bzw. erklärende Videos einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg der eigenen Marketingstrategie haben. Diese Befunde kannst du nutzen, um zum Beispiel deine Produkt- oder Dienstleistungspalette im Videonäher vorzustellen und zu erklären. Ein Beispiel für ein hervorragendes, virales Produktvideo ist Blendtex Will It Blend Videoserie, bei der sie auf sehr unterhaltsame Weise zeigen, was alles mit ihrem Produkt gemixt werden kann. Das Video, das findest du natürlich auch unter diesem Video in der Beschreibung. Machen wir weiter mit Erklärvideos, denn die binden den Zuschauer und liefern echten Mehrwert. Schauen wir uns dazu mal das Beispiel von Liebschau und Pracht an. Liebschau und Pracht sind ein Traditionsunternehmen, das lange Zeit mit eher stagnierenden Absatzzahlen kämpfen musste. Es fehlte einfach die richtige Marketingstrategie und der planvolle Anschluss ans digitale Zeitalter. Mit unterhaltsamen, persönlichen und vor allen Dingen mehrwertlastigen Videos, zum Beispiel wie man seine Rückenbeschwerden lindern kann, haben Liebschau und Pracht einen wirklich wirksamen Hebel gefunden und nebenbei ihre Online-Community stark ausgebaut. Hier siehst du mal ganz kurz im Überblick ein Video ihres erfolgreichen YouTube-Kanals. Auch diesen Link zum Video findest du wieder unter diesem Video im Beschreibungstext. Auch ich nutze natürlich sehr gerne den Typ der Erklärvideos. Wir haben ja hier im Grunde genommen auch ein Erklärvideo für uns, ein sogenanntes Tutorial. Über diese Art von Videos baue ich nicht nur ein besseres Verhältnis zu meinen Zuschauern auf, sondern ich stärke auch meinen Branding und ich sammle E-Mail-Adressen. Wenn du nämlich auf eines meiner Videos siehst, dann wirst du meistens einen angepinnten Kommentar von mir sehen. In diesem Kommentar, da mache ich eben das Angebot, dass sich die Zuschauer, die Zuschauerinnen zum Beispiel meine Content-Marketing-Checkliste herunterladen können. Webinare, Konferenzen und Hangouts. Wann immer du ein Webinar, ein Workshop, eine Videokonferenz oder ein Interview du führst, dann kannst du diese Mitschnitte davon bestens als Videos nutzen. Hochgeladen auf deiner Webseite oder zum Beispiel YouTube eignen sich diese Formate wunderbar, um dein Branding zu stärken, neue Kunden anzusprechen und dein Content-Marketing-Mix zu erweitern. Achte dabei bitte immer darauf, dass wenn du zum Beispiel einen Workshop mitfilmst und darauf andere Personen zu sehen sind, dass du auch die Einverständniserklärung dieser Personen hast, dass du sie in einem Video zum Beispiel auf YouTube zeigen kannst. Eines meiner Workshop-Formate, Content-Marketing-Strategien für Unternehmerinnen, habe ich zum Beispiel einfach auch bei YouTube hochgeladen. Dadurch und eben durch die entsprechende SEO-Optimierung wird es immer wieder gesehen und lädt interessierte Menschen dazu ein, zum Beispiel in Kontakt mit mir zu kommen oder sich etwas herunterzuladen oder auch einfach nur meinen Blog oder meine Webseite anzuschauen. Unterhaltsame Videos. Wir haben es ja vorhin schon gesehen. Ein tolles Beispiel von Plantact. Aber im Allgemeinen würde ich eher sagen, diese Videokategorie, die ist mit etwas vor sich zu genießen. Denn nicht jeder ist wirklich so witzig, wie er oder sie manchmal denkt. Ich bin da natürlich vollkommen mit eingeschlossen. Wenn du aber eine witzige Idee hast, eine lustige Konzeption oder einfach den einen oder anderen begabten Mitarbeiter um dich herum hast, der das Ganze cool und lustig aufziehen kann, ja dann kann dieses Konzept auf jeden Fall aufgehen. Im Videobeispiel von eben, die Will It Blend Video-Serie, gelingt das auf sehr geniale Art und Weise. Die Power des Produkts, also in dem Fall der Mixer, wird wirklich anschaulich beschrieben und bewiesen und gleichzeitig hat das Konzept eine sehr durchdacht witzige Note. Ich finde, hier muss man einfach zuschauen und deswegen ist es ein absoluter Best Practice für mich. Ganz wichtig, bitte füge bei deinen Videos immer einen Call to Action hinzu. Behalte bei deinen Videos immer die Conversion im Auge. Schließlich möchtest du, in den meisten Fällen möchte ich jetzt mal sagen, dass deine Zuschauer eine bestimmte Aktion ausführen. Sei es, dass sie sich andere Videos anschauen, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen oder sich einfach nur für deine Newsletter anmelden. Was auch immer du beabsichtigst, kommuniziere das immer klar in deinen Videos und eben auch im begleitenden Beschreibungstext. Bei YouTube Videos, da macht es Sinn, diesen Call to Action, also die Handlungsaufforderung, nicht nur am Ende, sondern auch zwischendurch mal anzubringen. Denn nicht jeder verfolgt ein Video bis zum Ende und Abbrecher erreicht zu mir dieser Strategie viel besser. Ich nutze zum Beispiel bei YouTube den schon angesprochenen, meist angepinnten Kommentar, um eben zum Beispiel auf ein passendes Freebie hinzuweisen. Denke bei der Videoproduktion immer channelübergreifend. Die besten Erfolge, die stellen sich meistens dann ein, wenn du plattformübergreifend denkst. An erster Stelle steht hier, die Auflösung der Videos, die je nach Plattform variieren kann. In Beschreibungstexte findest du einen Artikel, der Licht in den Auflösungsdschungel bei YouTube, Facebook und Co. bringt. Auch die Tonalität der Videos will in die Überlegungen einbezogen werden. Die Einheitsgröße oder der Look, der wirklich zu allen Ansätzen und zu allen Plattformen funktioniert, den gibt es nicht wirklich. Wenn du ein Video auf Instagram als Story veröffentlichst, dann darf es ruhig etwas rauer, fast gar etwas persönlicher und spontaner sein. Das gleiche gilt auch für Facebook-Live-Videos. Auf LinkedIn sieht das Ganze schon anders aus. Hier dominiert noch der beruflich-professionelle Anspruch. Zum Abschluss möchte ich dir noch einige weitere wertvolle Tipps für die Videoproduktion mit an die Hand geben. Der erste ist eigentlich ganz einfach. Trau dich und sei du selbst. Mit der Zeit wirst du immer besser werden. Meine ersten selbst gedrehten Videos, die bleiben wahrscheinlich für immer unter Verschluss und das aus guten Gründen. Nutze ein Skript, denn das hilft dir meistens dabei, den Inhalt der Videobotschaft sicherer rüberzubringen. Ein Teleprompter, den es übrigens auch für Smartphones gibt, kann auch Wunder bewirken. Drehe immer dann, wenn du in der richtigen Stimmung bist, wenn du genau die richtige Energie rüberbringen kannst. Üben ist extrem wichtig. Wenn du dranbleibst, dann entwickelst du ein immer besseres Gefühl und deine Videos, die werden davon wirklich enorm profitieren über die Zeit. Besser ein Smartphone benutzen, als jahrelang auf eine professionelle Ausrüstung zu sparen. Auch Smartphones mit entsprechendem Mikro, zum Beispiel ein Lavalier-Mikrofon und Tageslicht, die können wirklich professionelle Ergebnisse abliefern. Zu deinen Videos starte hier am besten smart. Also am Anfang des Videos kommuniziere ich immer gern, was Zuschauer darin lernen werden, das motiviert und hält die zu sehr bei der Stange. Die gezeigten Vorteile von Videos, die haben eines sehr deutlich gezeigt. Videomarketing wirkt und sollte spätestens jetzt ein Teil deiner Kernmarketingstrategie sein. Unterschätze nicht den Wert von Videos in Bezug auf deine Marketing- und deine Content-Marketing-Aktivitäten, denn deine Mitbewerber, die werden es sicher auch nicht tun. Videos sind also eine echte Größe im eigenen Marketing-Mix geworden. Videomarketing kann auf viele verschiedene Unternehmensziele einzahlen und muss nicht immer, auch das hat dieses Video gezeigt, staubtrocken, teuer und aufwendig sein. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Video gefallen und du hast einige Tipps für dich mitnehmen können. Wenn das der Fall ist, dann hinterlass mir doch bitte ein Abo, abonniere die kleine Glocke rechts daneben und natürlich über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Ich würde mich auch super freuen, mit dir weiter in Kontakt zu kommen, deswegen schreib mir doch bitte in die Kommentare, wie du deine Videos drehst. Hast du da professionelles Equipment oder machst du das alles mit einem alten Handy vielleicht sogar, lass es uns bitte in den Kommentaren wissen. Ich danke dir recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann gleich in einem meiner nächsten Videos. Dein Uli von Punkt 10 Content Marketing.